Mh, das sieht ja lecker aus. Guten Appetit. Danke. Das ist ja, das ist ja widerlich. Du musst mir unbedingt das Rezept geben. Gerne. Chris will ja auch mal, dass ich für ihn koche. Da wirkt dieses Rezept runter und der Clue sind die Eier. Erst wenn du vor den Eiern so richtig Angst hast, sind sie richtig. Und gammeliger Chicorée funktioniert auch. Aber am Anfang nimmst du...